Moin Moin, ich bin's euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich jetzt gerade in der S-Bahn auf dem Weg nach Hamburg-Harburg und dort treffe ich mich mit It's Nico. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Der Grund warum ich mich mit It's Nico treffe ist folgender. Der Inhalt dieser Tüte gehört It's Nico. Da sind Gönnergy Dosen drin. Außerdem sind in meiner Tasche auch noch ein paar Sachen von It's Nico drin, die aber ein bisschen privat sind. So, ich bin jetzt in Hamburg-Harburg angekommen und jetzt suche ich It's Nico. Ich bin noch super weit vom Feiern gestern. Oha. Sieht man, du hast auch noch ein bisschen was am Bad. Was? Essen? Ja. Also nicht Essen, sondern Soße. Nein. Also... So, die Tasche ist nun bei It's Nico. Ich habe die jetzt erstmal ausgeliehen. Nächstes Mal bin ich wieder zurück hier nach Hamburg. Und ihr merkt, dass ich bin voll verklatscht. Ja. Was soll ich dazu sagen? Jetzt noch drei Stunden nach Hause. 21 mal 21 bin ich da. Und nachher noch live auf TikTok. Dann wünsche ich dir eine schöne Heimfahrt. Krass Krass. Und Gönnergy habe ich dir ja auch gekannt. Genau. Also Gönnergy ist hier in dieser Tüte drinne. Also insgesamt waren in dieser Tüte zehn Stück drinne. Sieben Stück hat er mitgenommen, drei Stück hat er mir überlassen. Die zeige ich euch später. Von jeder Sorte, äh, Sorte sag ich schon vor. Jeder Sorte, äh, von den neun eine. Genau. Wir sehen uns. Diese Sorten Gönnergy hat It's Nico mir überlassen. Sweet Lemon, Juneberry Jam und White Peach. Die werde ich auf jeden Fall demnächst probieren. Und da bin ich gespannt, wie die schmecken. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.